Herzlich willkommen bei den Isartaler Landmöbeln. Meine größte Leidenschaft sind die Stoffe. Wir führen eine Riesenauswahl von namhaften Herstellern, von elegant, traditionell, Landhaus und modern. Dabei ist die fachmännische Verarbeitung besonders wichtig. Unser erstklassiges Nähatelier ist stets bemüht, selbst die schwierigsten und aufwendigsten Kundenwünsche zu realisieren. Außerdem spielt Farbe in unserem Haus eine ganz große Rolle. Dadurch, dass wir viele Möbel von Hand bemalen, werden die Gardinenstoffe sowie die Polsterstoffe exakt aufeinander abgestimmt. Selbst Sonderwünsche wie die Gestaltung der Wände mit Farbe oder Tapete sowie die richtige Wahl der Fußböden und der Teppiche sind für uns selbstverständlich. Grüß euch, ich bin der Horst Fricke, der Inhaber von Isartaler Landmöbeln. Ich habe damals mit 22 Jahren mal ein Geschäft angefangen und mit handbemalten Möbeln. Und das ist heute immer noch unsere Spezialität. Hallo, ich bin der Sebastian. Und als ich auf die Welt kam, gab es dieses Geschäft schon seit 15 Jahren. Die fachgerechte Montage ist meine Aufgabe. Es wäre schön, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Na, das hat uns gefreut. Ja, dann pführt euch und bis bald. Ja, dann pführt euch und bis bald.